Es ist schwer zu glauben, dass es hier eine Mountain ist, wo diese Läge ist. Ich fühle mich hier einen Felddragonschard. Ich fühle mich hier. Cephio sagte die Wahrheit. Es ist da, sehr tief in der Boden dieser Läge. Sie sagte, die Enchanted Crystal würde das ganze Submerziertelung bringen. Aber es wird nur ein paar Stunden dauern. So, als es passiert, ich will uns zum Schard schnell. Danke. Okay. Hier geht's. Was ist jetzt passiert? Ich muss mich weit entfernen von den anderen. Der Läge ist weg. Der Mäu ist hier. Ich denke, die Crystal funktioniert. Jetzt, ich hätte besser die anderen gefunden. Du da. Huh? Wie ist das? Huh? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ihr Gesicht ist meine Gesicht. Nein! Was? Das kann gar nicht sein... Ich bin... Wer sind du? Well, I'm... I sense an emblem, one I have never sensed before. If you have a ring, give it to me. I need to take it to Father. Father? Sombron, the King of Dragons. I collect emblem rings. It is my duty. I have been taught to do what I must to fulfill that duty. We are currently at war with the Divine Dragons. I have collected many rings. At war? Wait, if this is me, is this me during the war with the Divine Dragons? Zephia's magic put me in reach of the Shard, all right? By throwing me into the past. I must be in Gradlon a thousand years ago, before it all sank, when the Shard was near here. You are mumbling. I will repeat myself. If you have a ring, give it to me. Quick. I'm sorry, but no. Your answer must be yes. I cannot let you go with that ring. If I disobey father, I will be killed. Many of my sisters and brothers have been killed. Killed? One older brother was drowned. One older sister was burned alive. A little sister and little brother. They were cute. Were torn apart by the corrupted. Some siblings died in the war. Most were defects. Father disposed of them. Disposed of? The defects require disposal. But I am not a defect. I collect rings to prove that. Father must get his wish. Until then, I will collect rings. And when his wish comes true, what then? What will you do? What will I... Oh. What... What was that? That is an avalanche. They are common to this place. But I hear some of the corrupted nearby. They are agitated. That is unusual. There are, maybe, intruders. The others must be here somewhere. I'm sorry, but I have to go. The stranger with my face is escaping. I will prevent that. I must pursue them. I need your help. Marith. Okay. Can we do a time travel? There you are. Thank goodness you are safe. We were not sure where to find you. Brother. I'm so glad we finally found each other after the earth shook like that. I know where the Feldragon shard is. It's a short climb from here. Unfortunately, we've been followed. You won't believe by who. Huh? Oh nein. Oh nein. I insist that you tell me at once exactly who you are. Oh man. Wir haben sie doch gerade erledigt. Zephyr. Whom do you serve? Fighting the Corrupted as you did back there, defeating them with ease. No one on our side has reported seeing anyone like this. And surprises are not well received. What's going on? I thought she died. She did die. Zephyr shouldn't be standing in front of us. She doesn't look like one of the Corrupted. But also, she doesn't even know us. Everyone, this will be a shock. But that is Zephyr. A thousand years ago. Because we are in Gradlon a thousand years ago. During the war. What? The crystal was supposed to put us in reach of the submerged shard. It did. In a way. But not by raising mountains or draining lakes. It sent us back in time. Believe it or not, I just met my past self. That's how I figured it out. Your what? Oh, that can't be good. I have found you. Brother? That's... That's you. Yes. It is. Red eyes. Red hair. But it's you. That's what you looked like when we first met. Zephyr. Please step aside. I will take care of this situation. Thank you, your highness. But I'm more than happy to assist you. That will not be necessary. Go. Inform father what is happening here. Also, that I sense the presence of emblems from them. They possess emblem rings? It is possible. It is possible. I'll head to the temple. She's going to tell Sombron that we're here. We have to hurry. We have to hurry. Brother, I can't bring myself to hurt you. And that's you in our way. What should we do? We need to break the shard, but... Is that what you're trying to do? Break the shard? What if it was? Would you let us pass by? No. That is stupid. I cannot return home without your rings. We will fight. If I win, I take your rings. If you win, you break the shard. Simple as that. Then we can't avoid a fight here. Stranger with my face. I am ready to battle when you are. You will fight me. And this emblem. Marth! This is my emblem. Now show me yours. They'd never believe I'm an emblem. And it's best to keep that to myself. So? Marth! I'm here. You have a Marth, too. There should be only one of each ring. This is more and more interesting. Everyone, ready yourself. No matter what. We must destroy the shard. Alleya der Vergangenheit besiegen. Alleya besiegt oder 20 Züge verstreichen. 20 Züge? Ah, scheiße. Weil der Sombra sonst auftaucht, ne? Oh, die haben eine Kanone, diese Säcke. Aber die können da wahrscheinlich jeden draufschicken, ne? Ja, wir gehen eh mittendurch, Alter. Als ob ich da... Ach so, scheiße. Also, die sind aufgeteilt, ne? Irgendwer Neues dabei? Nee. Axtfuzzis, da haben wir dann... Hm, mh, mh, mh... Hm. Wir müssen schauen, dass wir sie alle in die Mitte kriegen Und dann nach vor stürmen Weil dann kriegen wir Ich muss die Frage, ob die Gegner uns entgegenkommen Oder stehen bleiben, bis wir in der Nähe sind Ich mache Avalanches passieren Selbst wenn sie nicht passieren wollen Ich mache nur das Oh ne Wir haben zurückgezogen Das funktioniert Ich werde weiter tun, was funktioniert Mit einer Lavinie in der Unterbergfahrt überrollen Wir müssen die Scharde erreichen Aber an dieser Zeit Wir werden nicht weit weggekommen Wenn eine Avalanche neben dir beginnt Geh Schutz Bleib sicher, bis du weitergehen kannst In den Stein Allein der Vergangenheit kann mithilfe des Dämonendrachensieges Lawinen auslösen Getroffene Gründer werden weggestoßen Hiedergehen werden Bleib wachsam und lass deine Einheiten vorsichtig vorrücken Gegner können verhindern, dass Einheiten zurückgedrängt werden Oh, das ist fies, Alter Ich glaube, wir müssen unter Zeitdruck Als erstes mal das überhaupt Zeitdruck ist Entstanden Nein, warten Nein, warten Nein, warten Der Diffine Dragon hat mich ansehen Na, das ist der Magier, ne? Ich werde mein Bestes machen Oh, die können außen einfach fliegen, ne? Kann ich mich auch hinter den Dingern verstecken Ich werde mir gleich merken Boah Alter, das waren nochmal Schwertkämpfe Oh, Glück gehabt Ey, wie diese Scheiß Warum konnten die das schmeißen? Da war doch nix Oder hab ich das einfach nix sehen, ne? Ey, die haben alle Schmetterwaffen Boah, diese kleinen Bastarde Boah, und der hat einen starken Angriff Alter, ist das euer Ernst? Das ist schlimm Da bist du bloß in Silberklinge Da bist du ja Warum kann der mich mit dem Es ist Tita! Mit einer Silberklinge soll ich zurückstoßen. Oder ist das wie ich am Eis? Ich hau mal jetzt weg. Oh, hat auch so greift. Ich werde das auch zu machen. Mein Zufall. Ah! 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 Alter, der stirbt aber halt auch nicht, ne? Das macht Tag und Nacht. Wechsel zwischen Eblen. Süß! Ach so! Emblem, engagieren! Ich hab ja keinen Flieger dabei, ne? Dürfte das und darf eigentlich auch reichen. Du brauchst jetzt denvey weg mit ihm. Oh! Nova ist übel. Ja, weil er zweimal trifft Na, das passt schon, da können wir mal austesten Nein, was? Oh, komm, das ist doch Schwachsinn Das lass ich nicht auf mir sitzen, Alter Manchmal mach ich das nicht, aber das riecht mich jetzt gerade auf Na, ist er zu erstrahlen Oh, warte, das passiert immer selber Ich kann das nicht überspringen, ne? Jetzt machen wir es halt so Hä? Kleiner Basta Ich weiß gleich so machen sollen Naja, passiert Da ist ja momentan nichts Oh, ich habe gerade einen rare Boss Oh, die zieht halt viel ab, ne? Aber dafür stirbt sie dann. Aber warte mal, dann könnte ich doch auch einfach... Crit-Chance, 50. Oh, 50-50-Chance, los man, Max. Warum macht denn hier alle immer ein... Jetzt machen sie alle ihre Crits nicht. Alles klar. hostsers. warte mal das sind 25 abziehen so vielleicht ist halt auch nicht mehr ich hasse es halt dass du mit den Epilemen, obwohl du dich vereinigst, trotzdem nicht mehr schaden magst also das ist so ein bullshit eigentlich oh mir sind jetzt zwei leute wir machen trotzdem nicht mehr schaden aber wir haben eine spezialfähigkeit immer nie oooh, nerven sägen hmmm nee warte mal machen wir mal andere statt das hatt ich vor anfang an machen sollen ich habe es mir noch gedacht aber ich dachte naja das geht dann schon weh du weißt du so aus oder so oh sehr schön jetzt kommt die lawine war sehr schön da kann ich dich in der nächsten runde weg glück glück gehabt darauf habe ich mich verlassen oh oh die kommen halt alle einfach ne ganz hinter oh das ist fies hängen also das ist das ist das ist das ist Was? Oh, der Sack kann mich dann angreifen, ne? Gehen wir da her. Wo war das dann ne Runde? Stab. Stärkung. Achso, das ist das Ding. Für Pflege müsste ich eins vorgehen, da kann aber... Stab. Pflege. So, und jetzt hoffen wir mal, dass... Sie jetzt dem einfach mal schnell den Chaos macht. Komm, ich vertraue dir, du schaffst das. Du hast zwei Chancen. Mach's gleich beim ersten Mal. Ah, yes, Alter. Wenn ich mir auf jeden Fall lassen kann. Schreib, was du möchtest. Schreib, was du möchtest. Schreib, was du möchtest. Ich kann weitergehen. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Da mit rüber. Oh ne, den zieh ich nix ab, ne? Die zwei sind halt schlimm. Vor allem Stäbe und Dinge. Aber die haben scheinbar nur Purgative oder sowas. Also Heilung. Ach ja, dich haben wir ja auch noch. Ganz vergessen. Boah, was? Alter. Weil der halt ne Großlanze hatte, ne? Der hat dann halt einfach mal weggemerkt. Das hab ich halt nicht mehr ansatzweise kommen sehen, ey. Ey, das ist halt ständig Gegnernachkommen. Nervt hart. Oh, die kann dann halt angegriffen werden. Oh, ist er wirklich down? Oh ja, stimmt. Mein Magierkiller, der darf mal... Ah, warte. Warte, warte, warte. Erstmal so. Erst muss der weg. Ist das der Bogenschütze, der mich denn angreifen kann? Du kannst ja so lange laufen, Alter. Das ist der Drecksack, ne? Aber ich komm mit mir auf jeder her. Hä. Mein Freund, ich bin gut gegen Magie. Oh nein. Bam. Weck da, Bitch. So was sag mir hier nicht. Oh, da kommt der Bogenschütze, die Sau. Ich habe das. Vielleicht weicht er aus. Oh, ich wollte eigentlich mit einem anderen Ding angreifen. Es hat geholfen, mehr will ich gar nicht. Oh, warte mal. Nein, der ist noch nie in Reichweite. Da greifen die anderen Penner an, ne? Na gut. No risk no fun. Alter, der hat voll die geile Waffe. Dann machen wir mal so. Das da. Ich habe nämlich noch den Langbogen dabei, Bitch. Okay. U-Kon-Vasara-Achse halten. Große legendäre Axt mit Schmetterkraft. Erster Vorgang mit einer investierten Kampfes. Nicht kompatibel mit Einheit. Ja, in den Vorrat. Seiniger Kindes. Ich hab noch den Nachschub vor. Ja, in den Vorrat. Ich hab noch den Nachschub.